Ihr Yoga-Kurs Yoga ist für Sie geeignet, wenn Sie Ihre Kraft und Beweglichkeit verbessern und Ihren Körper in ein harmonisches Gleichgewicht bringen möchten. Vergessen Sie Ihren Alltagsstress und konzentrieren Sie sich ausschließlich auf sich selbst und Ihre Atmung. Yoga ist ein seit Jahrhunderten bewährtes ganzheitliches Konzept, um vitaler und gesünder zu werden und die innere Balance zu stabilisieren. Gleichzeitig formen Sie Ihren Körper, Ihre tiefliegenden kleinen Muskeln werden gekräftigt und Ihre Gelenke beweglicher. Körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen können verschwinden. Yoga ist der richtige Schritt für Sie zu mehr Gesundheit und Ausgeglichenheit.